Herzlich willkommen zum Digital-Duell, die Presse-Debatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki. Hallo und herzlich willkommen zum Digital-Duell unserer Presse-Debatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir im Ring steigt Clemens Skibitzki. Wunderbar. Ja, wir freuen uns mit euch in diesem neuen Podcast oder Videocast, je nachdem, ob ihr uns nur hört oder eben auch zuschaut, durch die spannenden Presse-Schlagzeilen unserer digitalen Woche zu gehen, aus den jeweiligen Online- und Offline-Medien, um die Hintergründe zu diesen Schlagzeilen zu diskutieren und die zu beleuchten und was man daraus entsprechend lernen kann. Und wer uns beide kennt, lieber Clemens, der weiß, wir posten ja unglaublich viel in den verschiedenen Netzwerken und versuchen immer wieder auf die Themen hinzuweisen. Tatsächlich war es so, jeder hat einen Podcast, nur wir nicht. Das kann ja nicht sein. Das geht nicht. Doch. Doch. Und da habe ich gedacht, komm, das müssen wir ändern. Und ich hätte mir niemanden anders besser vorstellen können, als es mit dir zu machen, weil wir sind an der Stelle absolute Vorreiter im Hinblick auf Untermauerung der Wichtigkeit für Digitalisierung seit vielen, vielen Jahren. Und das wollen wir jetzt endlich auch über dieses Format an der Stelle irgendwie klar machen. Und damit die Zuhörer und Zuschauer da draußen wissen, was sie erwartet in diesem Podcast, habe ich gedacht, wir machen mal ein Prolog vorneweg, um so ein bisschen zu erklären, um was geht es hier eigentlich? Was soll das Ganze? Und wer sind wir eigentlich? Wer uns noch nicht kennen sollte, das sind ja noch durchaus viele, zu Recht. Und von daher würde ich sagen, stellen wir uns erst mal vor. Clemens, willst du einsteigen? Machen wir so. Also ich würde sagen, das Besondere an uns ist, wir sind eine Mischung aus Theorie, Praxis, Politik, Beratung, allen drumherum. Von anderen Seiten kommen, aber beide stehen Prof davor. Deswegen, Tobias, fangen wir an. Deine wissenschaftlich seriöse Seite ist der Professor für E-Business und E-Entrepreneurship an der Uni Duisburg-Essen. Da machst du Grund- und Gründungswissen, kann man nämlich sagen, für digitale Wirtschaft. Und laut der FAZ bist du einer der Top 100 Ökonomen. Das muss ich sagen. Oha, Hut ab! Praxis, du hast Autoscout24 mitgegründet, bist Business Angel bei vielen Startups, Aussichtsrat von Börsen und Tierten Unternehmen, bist du jungen Unternehmen. Dann sehen wir uns öfter auf der Bühne als Speaker und Moderator für Digitalthemen. Und in der Politik warst du ja quasi mein Chef beim Beirat Junge Digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium. Und du warst unter dem Wirtschaftsminister Nordrhein-Westfalen, Gerald Dün, der Beauftragte für die digitale Wirtschaft in NRW. Immer wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, verdammt, ich bin jetzt auch langsam in ein Alter gekommen, wo aber endlich mein Lebenslauf auch diesem Alter entspricht. Von daher vielen, vielen Dank. Ich glaube, dich vorzustellen ist eigentlich fast obsolet, denn ich kann mir nicht vorstellen, wer dich nicht kennt. Du bist auch Professor für Marketing und Marktforschung, lieber Clemens Gewitzki, an der Cologne Business School und dein Forschungsfeld ist digitale Transformation. Du bist aber eben auch Berater, hast deine eigene Unternehmensberatung unter dem Titel Prowski und mit der stehst du namhaft Mittelständler und Großunternehmen für den digitalen Strukturwandel zur Seite. Und, und das ist für mich immer wieder faszinierend, du bist einer der Top Speaker schlechthin, stehst auf den Bühnen dieser Welt, wie es so schön heißt, für Digitalisierung, digitale Kommunikation, Social Media Marketing und digitale Gesellschaft. Politisch warst du auch aktiv, du hast es gerade angesprochen, darüber kennen wir uns auch, über den Beirat der jungen digitalen Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium und ich habe dich 2015 in meiner Funktion als Landesbeauftragter auch zum Digitalbotschafter für das Land Nordrhein-Westfalen gemacht. Das sind aber alles nur die Rahmenbedingungen. Für mich wichtig, wenn man sowas macht, ja, du bist ein super Typ, du bist mein Freund und ich habe gesagt, wenn, dann nur wir beide, weil wir auch unterschiedliche Rollen einnehmen. Du bist nämlich eher so der Provokateur und ich bin eher der Diplomat und so haben wir uns auch gekleidet. Du Pullover, ich Anzug. Du hast es auch schön gesagt, Provokateur. Ich würde sagen, ich bin der Rambock, der sich immer aufregt, den Leuten klare Sachen sagt, an den Kopf schmeißt, was nicht immer ganz diplomatisch ist, aber du kannst immer hinterher geschliffen aufräumen. So war es ja auch, wenn wir in der Politik in den Beiratenden waren. Ja, ich versuche das Ganze dann wieder zu glätten und für alle irgendwie kompatibel zu machen und an der Stelle ist natürlich jetzt die Frage, nachdem ihr uns so ein bisschen kennengelernt habt, wie funktioniert denn dieser Podcast eigentlich? Und ich hatte es zum Einstieg gesagt, wir wollen uns hier im Digital-Duell in eine Pressedebatte begeben und regelmäßig die Schlagzeilen aus der jeweiligen Woche zum Thema Digitalisierung uns um die Ohren hauen. Und das machen wir eben mit der Besonderheit, dass diese ausgewählten Schlagzeilen, die wir uns gegenseitig mitbringen, dass wir die vorher nicht kennen. Und da legen wir auch absoluten Wert drauf, die posten wir auch nicht vorher, sondern das ist wirklich an der Stelle ein Geheimnis, weil wir wollen sozusagen die Spontanität der Debatte haben und hier eben dann auch in den Ring steigen, um uns gegenseitig die Argumente dann eben zu diesen Schlagzeilen, die wir vorher nicht kennen, gegenseitig um die Ohren zu hauen. Und das machen wir nicht ohne Grund, lieber Clemens, denn was wollen wir damit erreichen? Ja, wir wollten auch mal einen Podcast haben. Also jeder dritte Deutsche hört mittlerweile Podcasts, die Tendenz ist rasant steigend. Das ist auch echt gut so, ist bei mir genauso. Was wir wollen ist natürlich den Leuten, die sich für das Thema digitale Transformation interessieren und jeder ist ja auch davon betroffen, muss man sagen. Der digitale Wandel ist ja sehr vielfältig. Dem wollen wir einen Überblick geben über die spannenden Themen. Das ist ein kurzes Schlagabtausch. Das heißt, wir wollen das, was wir eigentlich machen, wir machen das seit 10, 15 Jahren tiefen Einblicke, Beschäftigung mit dem Thema und das macht halt nicht jeder. Und vielleicht ist ja interessant für den einen oder anderen, was wir dazu zu sagen haben, wie wir das kommentieren mit diesem tiefen Blick der langen Beschäftigung auf das Thema. Und was wir dann auch machen ist, wie können wir es denn besser machen? Also konkrete Handlungsergebnisse. Und ich glaube, das brauchen viele Unternehmen, viele Politiker brauchen das. Und ja, hoffentlich hören die uns zu. Da bin ich auch sehr neugierig, ehrlich gesagt, weil wir wissen ja nicht ganz genau, wie sowas ankommt. Es gibt ja auch schon unglaublich viele Podcasts am Markt. Von daher, das ist sozusagen etwas, wo ich ganz gespannt bin, inwieweit wir da sozusagen nochmal etwas bieten können, was für die Leute da draußen hoffentlich etwas Spannung verspricht. Und damit natürlich die Frage, wie läuft denn so ein Digital-Duell eigentlich ab? Und ich hatte es ja schon gesagt mit den Schlagzeilen, die wir uns hier gegenseitig mitbringen. Und das machen wir eben nicht nur als Podcast, sondern eben auch als Videocast, wie es so schön heißt. Das heißt, wir nehmen das Ganze hier mit unserer 360-Grad-Kamera auf und spielen das sozusagen nicht nur über die verschiedenen Kanäle, wo es Podcasts gibt, sondern eben auch bei YouTube. Und mit dieser 360-Grad-Kamera kann man sozusagen selber steuern, wo man jetzt gerade hinguckt. Also die Fans von dir mehr zu dir und die anderen eher zu mir oder zu unserem Gast. Die Reaktion zu sehen, das Entsetzen in den Gesichtern. Genau, aber eben auch durchaus unseren Gast mit im Blick zu haben, denn das ist auch etwas, was uns wichtig ist. Denn wir versuchen nicht immer nur die Location zu wechseln, sondern das eben auch im Hinblick auf den Gast, den wir in der Sendung haben, mit den entsprechenden Fragen, die er uns mitbringt. Und dann eben auch uns überrascht, worüber wir dann argumentieren. Umgekehrt haben wir natürlich für den Gast ebenfalls eine Frage. Und dann haben wir dann auch immer Schwerpunkte, die sich auch über den Gast ergeben. Denn dadurch, dass wir immer wechseln, haben wir natürlich auch verschiedene Perspektiven, verschiedene Branchen, verschiedene Flughöhen etc. pp. Und, und das ist mir auch ganz wichtig, lieber Clemens, die Zuschauer sollen auch mitmachen können. Denn man kann uns auch Zuschauerfragen schicken über unsere Webseite, das ist ein Kontaktformular. Und diese entsprechenden Fragen, die man uns hier schickt oder Schlagzeilen, die man uns schickt, die nehmen wir dann gerne auch mit in die Sendung hinein, um quasi ja so eine Art Stand-up-Diskussion zur Digitalisierung zu ermöglichen. Und wer es ganz geheim machen möchte, dass wir auch das nicht mitbekommen, der nimmt an der Stelle tatsächlich eine E-Mail-Adresse, frage-at-digital-duell.de. Und die geht an unseren Redakteur, sodass wir das tatsächlich 100% nicht mitbekommen. Und der sozusagen uns einen Umschlag auf den Tisch legt, den wir dann erst in der Sendung öffnen und gucken, was drin ist. Und das wollen wir an der Stelle sozusagen gewährleisten und hoffen, dass das den Leuten gefällt. Und wo findet man uns dann immer mit den entsprechenden Sendungen, lieber Clemens? Man findet uns auf natürlich www.digital-duell.de. Man findet uns auf YouTube als Videocast, wenn man uns eben anschauen will. Und auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Soundcloud, was ist das alles noch? Spotify, Apple Music. Also eigentlich überall. Überall, dieser genau noch. So, aber natürlich auch bei Facebook und bei Twitter, da kann man immer noch nachschauen. Lieber Clemens, ich bin total neugierig und auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich freue mich auf spannende Schlagabtausche mit dir rund um das Thema Digitalisierung. Und ich habe mir immer überlegt, brauchen wir auch so einen Abschlusssatz, wie sozusagen der Sprecher bei den Tagesthemen. Ich habe einen und mit dem beende ich sozusagen den Prolog jetzt. Ich freue mich auf die Sendungen und sage, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Und wir sehen uns im Podcast Digital-Duell. Das war das Digital-Duell. Die Presse-Debatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki. Alle Folgen dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite digitalduell.de, auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei YouTube. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag Digital-Duell. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.